Hilfe bei allen PC-Problemen mit der Notfall-DVD 11 – die beste Version aller Zeiten, gratis für Sie in der aktuellen Computer-Build. Wenn der PC Streik oder Sie aus Versehen mal wieder Dateien gelöscht haben, die Sie besser nicht hätten löschen sollen, dann hilft in solchen Fällen die Notfall-DVD. Das schon seit vielen Jahren. Und jetzt gibt es sie in einer brandneuen Version mit zehn neuen Funktionen. In den News – Streaming-Highlights 2018. Auf diese Serien dürfen Sie sich bei Netflix, Amazon und Co. freuen. Spionage auf WhatsApp – so schützen Sie sich. Und? Reich werden mit Bitcoin? Die ganze Welt redet davon – von Bitcoins. Man kann damit ganz schnell reich werden, aber auch ganz schön schnell Geld verlieren. Computer-Build verrät die Hintergründe und sagt auch, wie Sie mitmachen, wenn Sie unbedingt mitmachen wollen. Top-Film auf der Heft-DVD ist der geheimnisvolle Psychoschocker House at the End of the Street mit Jennifer Lawrence. Im Test rund um Sorglos-Pakete. Sieben All-in-One-PCs im großen Vergleichstest. Hohe Qualität, niedriger Preis, neue Einsteigergeräte von Panasonic und OK. Und smarte Technik für das sichere Heim. Wir sind auch mitten in der dunklen Jahreszeit und viele wollen Ihr Zuhause sicherer machen. Zum Beispiel mit einer Überwachungskamera. Computer-Build hat sich zehn Modelle angeschaut. Im großen Spezial Bilder in der Wolke – die besten Cloud-Dienste für Fotos im Vergleich. Das alles und mehr im neuen Heft ab dem 5. Januar überall, wo es Zeitschriften gibt. der Verweilung Untertitelung des ZDF, 2020